Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen News Video, bzw. es ist ein News und Gerüchte Video. Ihr wisst ja, ich mache hin und wieder mal News Videos zu Sachen, die mich interessieren. Ich bin jetzt kein Kanal, der jetzt jede einzelne News immer wieder runterrattert zu jedem Set, zu jedem Thema. Es sind eigentlich nur Sachen, die mich wirklich interessieren. Und es gibt da nicht allzu viele Sachen aktuell, aber ein paar habe ich doch jetzt mal rausgegriffen, die auf jeden Fall informativ sind und euch vielleicht auch freuen. Deswegen hoffe ich, habt ihr Spaß mit dem Video, ihr erfahrt vielleicht irgendwas Neues und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir beginnen mit Herr der Ringe und nein, um das kurz vorweg zu sagen, es gibt keine neuen Herr der Ringe Sets jetzt. Es gibt nichts, was angekündigt wurde in irgendeiner Weise. Aber wenn eins immer gefehlt hat, was ich ja auch schon öfters gesagt habe bei Herr der Ringe, war es irgendwas von Minas Tirith oder Minas Tirith an sich oder Gondor. Und jetzt haben wir über Lego Ideas einen Entwurf, der die 10.000 Unterstützer geknackt hat, der sich dann auch quasi in Billund angeschaut wird. Und ich finde den klasse. Also für das, was man machen kann, mit den Minifiguren, die reingehauen wurden, von der Größe her, gefällt mir das sehr gut. Ihr könnt den auf Lego Ideas einfach mal angucken, den Entwurf. Müsst ihr einfach Minas Tirith angeben und dann müsste das eigentlich ganz oben dann schon sein. Ist eine coole Sache. Wir haben in letzter Zeit auch einige Herr der Ringe Sets gehabt, die quasi bei Ideas 10.000 Unterstützung oder besser gesagt Fan Entwürfe, die 10.000 Unterstützer bekommen haben. Ob das jetzt nochmal Beutelsend war oder diese Karte, jetzt hier Minas Tirith. Das zeigt ja auch, dass ein gewisses Interesse an der Serie noch da ist. Und Minas Tirith ist natürlich etwas, was absolut fehlt, was wir auch nie bekommen haben. Wir haben damals Helms Klamm zum Beispiel gekriegt. Aber so ein Minifiguren-Scale Minas Tirith wäre natürlich cool, auch wenn man es nicht genauso bauen kann wie im Film. Ist ja logisch. Ein kleiner, bitterer Beigeschmack ist, dass das Set wahrscheinlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, durchfallen könnte. Allein von der Tatsache her, dass der Fandesigner in irgendwelchen Kommentaren gesagt hat, dass das Set wohl so um die 4000 Steine hat. Und damit wäre es natürlich schon disqualifiziert, weil man maximal 3000 Steine angeben darf. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe es mir aber von mehreren Leuten sagen lassen, dass es in den Kommentaren steht. Ich habe mir jetzt nicht alles extra durchgelesen, aber ihr könnt ja auch mal gucken, ob ihr das findet. Wäre sehr schade. Wenn Lego sich dazu entschließt, nie wieder eine Herr der Ringe Themenreihe rauszubringen, dann wäre ich absolut dafür, dass sie über Ideas mal wieder ein Set rausbringen. Und ich finde dieses Set eigentlich auch sehr gelungen, muss ich sagen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich natürlich lieber eine komplette Themenreihe, wo die vielleicht ein paar Sets machen, dass man den ersten Ring, den zweiten Ring und ein paar Gebäude oder sowas, dass man das selber bauen kann. Sich einzelne Sets kaufen kann. Das wäre natürlich wesentlich cooler. Vielleicht so ähnlich wie bei Harry Potter damals. Aber ich weiß es nicht. Also diese Amazon-Serie, die rauskommen soll, ist für viele, für mich auch. Seit die angekündigt wurde, hoffe ich immer wieder, dass wir irgendwie eine neue Setwelle kriegen. Und es ist die teuerste Amazon-Serie oder die teuerste Serie aller Zeiten. Sie wird viel Geld kosten. Und wenn die Ansatzweise erfolgreich ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Lego das komplett ignoriert. Die Lizenzkosten sind natürlich auch ziemlich hoch, aber es wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich liebe die Herdering-Sets. Ich will ja auch immer noch alle haben. Aber die alten, die werden halt immer und immer und immer teurer. Wenn ich irgendwo mal eins für einen guten Preis kriege, dann nehme ich das eigentlich sofort mit. Auch wenn ich es noch nicht sofort zeige, so wie bei Heimsklemmen. Das liegt ja bei mir auch schon ein bisschen länger rum. Aber ja, das erstmal dazu. Er ist auf jeden Fall durchgewunken, der Entwurf. Und dann müssen wir abwarten, ob Lego sich irgendwie dazu entschließt, nochmal was von Herr der Ringe irgendwie rauszubringen. Ich habe auch vor, könnt ihr mir auch gerne mal sagen, was ihr davon haltet, einige Ideas-Projekte hier vorzustellen, die noch keine 10.000 Unterstützer bekommen haben, die ich aber sehr cool finde. Es gibt da einige Adventurer-Sets, es gibt da einige Mittelalter-Sets, Western-Sets. Da hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust dazu. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mal sehen möchtet. Ansonsten werde ich das auf jeden Fall gerne mal machen. Und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema. Als nächstes gehen wir in die Richtung von der Dark Knight-Trilogie. Der Tumbler ist, wie ich finde, eins der coolsten Bad-Fahrzeuge, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das ikonischste ist. Aber ich mag den sehr gerne und wir haben dazu ja mal so ein UCS-Set bekommen in 2014. Ist sehr teuer geworden. Und jetzt gibt es endlich die ersten Infos dazu. Ich hatte ja schon mal darüber geredet, dass wir einen neuen Tumbler bekommen. Und die sind mehr oder weniger bestätigt. Es sind teilweise vielleicht grobe Gerüchte noch, aber eigentlich ist es schon bestätigt. Durch Talia haben wir einige Fakten dazu bekommen. Die Setnummer, den Preis etc., wie das alles gelistet wird. Das Set wurde sogar schon mit Rabatt irgendwo als Vorbestellset quasi angeboten. In Österreich war das, glaube ich, bei Talia. Und ich freue mich sehr drauf. Also der Tumbler und die Dark Knight-Trilogie generell sind für mich sehr besonders. Es ist für mich mit Abstand die beste Batman-Performance, die beste Bruce Wayne-Performance. Alle Filme mag ich sehr gerne, muss ich sagen. Und das, was für uns alle cool ist, das Set wird in den freien Handel kommen. Denn Talia ist ja ein ganz normaler Händler. Das ist kein Exklusiv-Sonderhändler von Lego oder für Lego. Das heißt, es wird mit 20-30% Rabatten zu rechnen sein. Und dann ist das wirklich ein Tumbler, den sich jeder dann, jeder, der natürlich das Geld dafür hat, das wird trotzdem immer noch ein teures Set sein. Aber der sich das Set dann gut leisten kann. Ich werde auch mal gucken. Ich hoffe, es gibt da wieder, es gibt ja auch Gerüchte, dass es einen kleinen Tumbler gibt für 40 Euro. Ich hoffe eher, dass sie das dann vielleicht so machen wie bei dem Batmobil, dass es dann vielleicht ein GWP ist oder so. Oder dass sie ein Polybag oder extra Minifiguren oder sowas dazu packen. Das finde ich cool. Also die Infos sind eigentlich schon bestätigt. Wir warten natürlich noch auf offizielle Bilder von Lego. Das Set soll aber am 2. November 2021 auf jeden Fall auf den Markt kommen. für 230 Euro minus den Rabatt, den man dann irgendwann natürlich nach ein paar Monaten bei jedem Händler dann bekommen kann, der das dann bestellt. Und ich hoffe einfach, dass es ein cooles Set wird. Denn der alte Tumbler ist richtig cool gewesen. Ich hoffe, dass wir zwei richtig coole Minifiguren bekommen. Und ich freue mich sehr drauf. Also muss ich ganz klar sagen. Worauf ich mich aber auch sehr freue, ist der neue Batman-Film, der kommen soll nächstes Jahr. Oder kommt er dieses Jahr? Ne, ich meine, nächstes Jahr soll er kommen. Der sollte erst dieses Jahr kommen und dann wurde der aber irgendwie verschoben. Es gibt von Brick Fanatics da einige Set-Nummern, die zu dem Film quasi passen sollen. Wir haben diese drei Set-Nummern hier. Die wissen jetzt auch noch nicht genau, was es ist. Also eine Sache wird mit Sicherheit ein Batmobil sein. Wahrscheinlich das 40-Euro-Set. Ich denke mal das 15-Euro-Set. Vielleicht ist das so ein kleines Junior- oder 4-Plus-Set wieder. Mit so einem kleinen Bike und so einem kleinen angedeuteten Batmobil vielleicht. Und das große Set könnte natürlich eine Betthöhle sein. Oder vielleicht Wayne Manor, so eine kleine Fassade. Ich bin, was Betthöhlen angeht, ihr habt da hoffentlich mein Video zu allen Batcaves gesehen. Da bin ich ein bisschen nüchtern und bin noch nicht so überzeugt oder begeistert. Und erfreut davon, dass es da wieder was gibt. Ich freue mich aber sehr auf den Film. Batman und Superman sind für mich die bekanntesten und größten Superhelden, die es gibt. Ob jetzt Marvel oder DC, ist egal. Aber die kennt man einfach. Und das sind die coolsten Helden, wie ich finde, die es auch gegeben hat. Auch Superman, obwohl ich jetzt nicht der größte Superman-Fan bin. Aber einfach nur, weil Superman so übermächtig ist, dass das irgendwie so ein bisschen langweilig ist. Aber natürlich habe ich auch die Zeichentrick-Serie damals gesehen. Man of Steel habe ich auch gesehen. Ich finde es auch ein cooler Film. Henry Cavill, bester Superman. Ich bin sehr gespannt auf die Sets. Vor allen Dingen natürlich auf die Minifiguren, wie die neue Batman-Minifigur aussehen wird. Wir haben ja schon gesehen, wie Robert Pattinson in seinem Kostüm aussieht. Und das könnte eine coole Minifigur werden. Bin ich sehr gespannt drauf. Wenn es dazu natürlich neue Infos gibt mit Setbildern und so, da wird es natürlich dann auch ein Video geben. Aber könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf den Film freut, wer vielleicht für euch der beste Batman-Film ist, wer vielleicht der beste Batman ist und was vielleicht euer liebstes Batman-Set ist. Das könnt ihr mir alles gerne in die Kommentare schreiben. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Als letztes haben wir noch ein paar Sachen zu den EOL-Sets von Lego. Ich habe euch da ja zwei Videos zu gemacht. Könnt ihr euch ja gerne nochmal angucken. Zum Beispiel die Eckgarage oder auch die Pirate Bay. Sind ja zwei richtig coole Sets, die jetzt Ende des Jahres EOL gehen. Und ihr müsst jetzt wirklich den Lego-Shop immer öfters im Auge behalten, denn die Sets kommen aktuell ab und zu wieder rein und sind dann ganz schnell ausverkauft. Die Eckgarage war für ein paar Stunden, meine ich, online. Die Barracuda Bay habe ich leider nur gehört. Soll wohl für ein paar Stunden oder ein bisschen weniger sogar online gewesen sein. Und dann war sie gleich sofort wieder auf ausverkauft. Da müsst ihr auf jeden Fall jetzt immer gucken, ob ihr da irgendwas findet. Und natürlich ist diese Segelboot-Aktion, also dieses GWP, ist auch nur noch bis zum 29.08., also bis morgen quasi aktiv. Danach ist es auch weg. Das Segelboot wird, denke ich mal, wenn es das nicht mehr geben wird, auf 40 bis 45 Euro vom Preis her ungefähr sich einpendeln. Aktuell ist es ein bisschen günstiger. Aber wenn ihr eh irgendein EOL-Set kaufen wollt, was vielleicht ein exklusives Set ist, wo es entweder gar keine Rabatte gibt oder wo es nur ganz selten bei anderen Händlern vielleicht Rabatte gibt, ist das vielleicht eine Möglichkeit, das dann noch zu machen. Dieses Wochenende, ich wollte euch nur noch mal daran erinnern, achtet da auf jeden Fall drauf, auf den Lego Online Shop, die nächsten Wochen und Monate. Also diese Sets, gerade die Barracuda Bay, möchte ich natürlich zum Beispiel auch noch gerne haben. Aber ich kann jetzt, also ich muss mein Budget zum Beispiel auch ein bisschen einteilen. Das wäre dann was für den nächsten Monat wahrscheinlich bei mir persönlich. Aber wenn euch das egal ist und ihr das Set hauptsächlich irgendwie haben wollt, über den Lego Online Shop, vielleicht mit VIP-Punkten und so, vielleicht gibt es das ja auch noch irgendwo anders, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, das immer im Auge zu behalten. Und damit können wir diese News-Folge auch beenden. Ich weiß, es waren jetzt nicht so viele News. Es gibt auch hier von Technik den Bulldozer und sowas, aber ihr wisst ja, Technik ist überhaupt nicht meins. Es waren für mich hier jetzt Themen wie die Superheroes oder auch Herr der Ringe, die mich natürlich sehr interessieren und die für mich große Themen sind, die hoffentlich in 2022 noch deutlich besser ausgearbeitet werden. Gerade bei Batman habe ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie komplett in die Vergessenheit gerät bei Lego, dass da bald gar nichts mehr kommt. Man braucht ja immer einen Film oder sonst irgendwas, damit man da was machen kann. DC ist ja sowieso tot eigentlich bei Lego. Aber ja, schreibt mir gerne zu jeden Sachen eure Meinung in die Kommentare. Was möchtet ihr am liebsten haben? Möchtet ihr Herr der Ringe neue Sets haben oder das Minas Tirith Castle? Schluss. Minas Tirith sagt man einfach nur so, man sagt nicht Schluss. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Tag und bis bald.